Weißt du, was der witzigste Stunt ist, den du gepullt hast? Ist Künstlername zu machen. Kyle Hoss. Der witzigste Stunt? Ja, ich meine im Endeffekt, dein Name ist ja schon schwierig auszusprechen. Genau. Das war wahrscheinlich der Grund, oder? Also der Hauptgrund damals war, ich bin ja schon lange im Internet aktiv, in Foren und in diesen ganzen Geschehen auf Skype und Gaming und Gamertag und ich wollte nie meinen öffentlichen, oder ich durfte auch nie meinen öffentlichen, meinen echten Namen irgendwo online verwenden. Das heißt, ob ich mich bei Playstation anmelde, bei Minecraft oder bei YouTube, dieses Mindset von meinem Vater aus, du darfst nie deinen echten Namen angeben und früher war ja auch immer so, online soll man nie zu viele Infos von sich preisgeben, weil da gibt es dann so perverse alte Leute, die dich dann verfolgen und sonst was. Das war ja früher so. Früher war es ja so, du triff dich niemals mit Leuten aus dem Internet, kommunizier nicht mit Leuten aus dem Internet und deswegen war immer so ein fiktiver Name mein Identitätsname online und das habe ich dann einfach übernommen. Okay, ich dachte, es war einfach nur so, okay. Und eine Abkürzung auch natürlich, weil mein eigentlicher Name ein bisschen kompliziert auszusprechen ist in Deutschland.